Hallo da draußen und herzlich willkommen zu meinem ersten Unbox-Video. Wir machen einfach mal so ein paar Truhen auf, so ein paar Gisten von dem Spiel Team Fortress 2. An der Zahl genauestens 25, wir machen mal 3. Entschuldigung. End of the Line. 11 Nice Winter und 11 Naughty Winter Crates. Jo, ich hab mir gedacht, wenn ich das schon mal einmal im großen Stil mache, statt wie sonst immer nur so mal ein oder zwei Kisten, dann nehmen wir das Ganze mal auf und dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Uh, die Aufregung. Ist fast wie ein Überraschungsein, nur ohne Schokolade. Jo, die kannonier Kargohosen. Na gut. Wie? Hab ich zwar schon, aber was soll's. Jetzt kann man ja später immer mal noch handeln. Und das nächste. Schluck Kaffee. Oh, Stiefels. Kampfstiefel. Jo. Hm. Da muss ich mal später gucken, wie das aussieht. Ob ich das an meinem Soldaten überhaupt noch gebrauchen kann. Ich weiß noch nicht. Alles, was ich nicht gebrauchen kann oder was ich nicht behalten möchte, werde ich übrigens... Der Nordpol-Pullover. Schade, den haben wir auch schon. Werde ich dann übrigens hier so auf die letzte oder auf die letzten beiden Seiten verteilen. Da kann dann gerne jeder mal in mein Inventar gucken. Und gegebenenfalls ein Trade-Offer schicken über Steam. So, ach, da sind wir ja schon bei den artigen Winterkisten. Gut. Dann machen wir die mal auf. Und mich dann damit eben anhandeln. Schau ich dann mal. Ich muss mir die Sachen erstmal noch alle angucken. Copcaller. Aha. Okay. Muss ich mir anschauen. Wie gesagt, ich werde das dann einfach mal alles in die letzten beiden Seiten ziehen. Beziehungsweise nein, ich glaube, auf die letzte Seite reicht. Oh, na komm, na komm, jetzt mal was richtig cooles hier. Hm. Für den Spy ein Schal. Das wäre vielleicht gar nicht das verkehrteste. Für den Spy fehlt mir nämlich noch so ein bisschen Kosmetik. Schauen wir mal. Na. Na. Sagt ihr auch so aufgeregt wie ich? Äh. Okay. Das, ähm. Na ja. Hab ich noch nicht gesehen in-game. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Das sieht nämlich jetzt nicht so hammerdoller aus. Aber gut. Gucken wir mal. Na. Hohoho. Na, guck. Was haben wir drin? Was haben wir drin? Old Manfall. Oh, oh. Das gefällt mir. Okay, das gefällt mir. Das muss ich nachher beim Heavy mal ausprobieren, wie das so aussieht. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Na, komm, 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 komm. Oh, yeah. Das ist super. Dann kann ich die andere Schneeweste nämlich, glaube ich, wegtauschen. Da haben wir eine spezielle Fähne-Sniper. Das ist super. Ach. Herz aller Liebsten. Ja, bis jetzt bin ich relativ zufrieden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Noch nichts Weltbewegendes drin, aber auch nicht das Schlechteste. Und nochmal eine schicke Brille für den Engine. Oh, oh, oh. Eieiei, da muss ich ja gleich. Meine ganzen Load-Oats nochmal überarbeiten und anpassen, ne? Eieiei. So, was haben wir jetzt hier drin? Wollipocket. Ach, wie süß. Oh, und Robohandschuh ungewöhnlich. Effekt grünes Konfetti. Als dieser Roboter ihn selbstlos seine Hand überlassen hat, hat er angenommen, sie würden sie studieren, um das Fachgebiet der pathetischen Medizin voranzubringen. Trottel. Hey, zieht euch das rein. Ich bin ein metallenes Huhn. Piep, piep, gack, tut. Gut, da fällt mir ein Robohandschuh-Effekt grünes Konfetti. Das ist ein Unusual. Alter. Wie geil ist das denn? Joa, das werden wir gleich mal nachher beim Pairo ausprobieren, ne? Ach, wie schön. Ach, wie herrlich. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt noch so zwei, drei Unusuals. Dann bin ich doch schon absolut zufrieden. Na, guck. Oh, Harlekins. Oh, das passt doch gut zu der Maske, die wir vorhin hatten. Ich glaube, da müssen wir das dem Scout doch mal anziehen. Gut, in seltsam interessiert mich jetzt weniger, aber nur mal zu gucken, wie das dann so aussieht. So, jetzt sind wir ja fast fertig hier mit den nice, mit den artigen Winterkisten. Und dann kommen noch die unartigen, die bösen, bösen Waffenkisten. Und nochmal immer mal. Na gut, dann habe ich umso mehr Grund, die Strange wegzutauschen. Und nochmal das hier. Na gut, hatten wir auch schon. Na, ist egal. Alles, was man doppelt hat, kann man sowieso wegtauschen. Na, komm, 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 komm. Und nochmal ihn hier. Gut. Okay. Das war, also das ist ja, das ist ja, wow. Oh, ich weiß jemanden, der wird sich dieses Video angucken und wird sich denken, So eine Scheiße hat ja echt sowas da rausgezogen. Das gibt's ja wohl gar nicht. Der hat mich nämlich noch vorgewandt. Wehe, du ziehst dann Unusory raus. Wehe. Tja. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Waffen an. Die Waffenkisten. Hoffen wir mal auf das ein oder andere Strange Festive. Das wär's natürlich. Oh, eine Festive Bohnzoo. Aha. Die sieht ja irgendwie nett aus. Nice. Okay. Und nächste. Da muss ja alles ein bisschen schneller gehen hier. Zack, 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 zack. Ich kann's ja selber. Komm, abwarten, was wir auspacken. Und nochmal. Na. Super. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so begeistert. Aber gut. Wir machen weiter. Na komm. Na komm. Oh, ein Festive SMG. Das ist ganz toll, da ich das SMG beim Sniper nämlich nie benutze. Super. Gern. Wie hier was Festive Strange wär mal super. Na komm. Oh. Okay. Das gefällt mir. Das find ich super. Den werd ich wahrscheinlich auch behalten. Ich glaube nicht, dass ich den vertauschen werde. Äh. Ich weiß noch nicht, was er wert ist. Aber ich glaube nicht. Nein, ich glaube, den werd ich behalten. Außer natürlich. Oh. Gut. Der Teiltörner wäre mir lieber gewesen. Aber das ist auch an und für sich nicht schlecht. Sieht nämlich schick aus. Ähm. Um nochmal zu dem Revolver zu kommen. Wenn ich den natürlich in Strange jetzt nochmal irgendwie rausziehen sollte hier. Dann. Würde ich den normalen natürlich tauschen. Aber den Strange glaube ich. Nein. Dann würde ich den Strange tauschen. Ich weiß nicht. Oh. Festiv-Bong. Sehr schön. Bong benutzt sich allerdings auch nicht. Bisschen doof. Aber. Naja. Gut. Wie sieht es ja alles noch nicht so weltbewegen. Außer hier dieser Robo-Handschuh. Der war schon echt super. Festiv-Backburner. Den haben wir schon. Ausgerechnet Backburner. Ach man. Das ist ja heilig. Backburner ist ja der letzte Flammenwerfer, den ich überhaupt benutze. Genau und darum kommt er auch sofort nochmal. Mh. Ist richtig. Also mit den Waffenkisten haben wir jetzt nicht so das Glück. Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Und nochmal das Festiv-Bass-MG. Na. Klasse. So. Zwei Schlüssel haben wir noch. Jetzt geht es langsam dem Ende zu. Ah. Die Aufregung hat sich langsam auch wieder gelegt. Und da wir die ganze Zeit immer nur das gleiche Zeug hier auspacken. Na. Super. Und jetzt gehen wir mal auf diese. Ja. Jetzt haben wir das System bestimmt voll ausgetrickt. Und jetzt kommt die Festiv-Strange. Na komm. Na komm. Oh. 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 Jetzt haben wir es denn hier. Gegenstand steht im Kopf. Achso. Der muss wahrscheinlich auf den Kopf. Achso. Okay. Okay. Ja. Oh. Konfetti. Das ist ja geil. Kann man das auch mit den anderen Sachen dann wenigstens hier so zusammen? Ja. Kann man. Ach. Das ist ja herrlich. Ach. Das ist ja herzallerliebst. Wie sieht das hiermit aus? Ja. Doch. Geht eigentlich auch. Ne. An für sich hier. Ah doch. Das. Das finde ich mal super. Das ist klasse. Mal eben mal ein bisschen ranzoomen hier. Ach. Schön. Konfetti. Der erste Unusural. Unusural. Der erste ungewöhnliche Hut, den ich entpackt habe. Ach. Das ist super, den ich ausgepackt habe. Und das auf Video festgehalten. Ach. Das ist einfach geil. Mag jetzt vielleicht nicht der tollste oder geilste oder beste Effekt sein oder was auch immer. Aber ich finde es trotzdem super. Ich freue mich. Ach. Da gibt es sogar noch verschiedene Steals. Ne. Effekt ausrichten. Aha. Mehr oder weniger oder wie? Hä? Ich habe gerade keine Ahnung, was sich ändert. Ja. So scheint weniger zu sein oder was? Ach. Machen wir einfach Mittel. Mittel reicht schon. So. Fertig. Reicht. Ach. Wie super. Ich glaube, ich muss gleich Pyro spielen. Das soll es auch für dieses Video gewesen sein. Wie gesagt, das, was ich tauschen möchte, werde ich hier ganz hinten in den Rucksack reinpacken. Könnt ihr dann gucken im Inventar. Und mir eventuell, falls euch was gefällt, ein entsprechendes Handelsangebot über Steam schicken. Aus der Haus und Tschüss. Und nicht vergessen. Abo, Favo, Liken.